5 vor 12 guter rat am samstag eklige speiseeisflecken auf der kleidung lassen sich vermeiden wenn man sich vor dem verzehr der kühlen köstlichkeiten hier steht tatsächlich kühle köstlichkeit ich fasse es nicht also wenn man sich vor dem eis essen splitternackt auszieht so das war's für heute schönes wochenende und wenn sie mehr wissen wollen dann lesen sie doch selbst